Hallo, ich bin der Loi und jetzt geht's weiter mit Republic Remastered Nine Hope. Ich bin auch da und jetzt geht's endlich weiter mit der eigentlichen Hauptstory. Ich weiß nicht, ob das, was ich jetzt in den letzten drei Folgen gemacht hatte, ob das überflüssig war, ob ich da sowieso nochmal hinkomme oder ob ich dann da von der anderen Seite hinkomme. Also ich schätze mal, wir werden auf jeden Fall noch Omni-Version 5 bekommen irgendwann, denn die Episode dauert, denke ich, noch so ein bisschen. Also das Gesamtspiel, da gibt's ja so eine Anzeige und da bin ich jetzt bei gerade mal 75%. Das heißt irgendwie, die Episode 5 nimmt ein ganzes Drittel ein von dem Gesamtspiel. Das ist schon allerhand. Na gut. Okay, hier ist zunächst mal nix. Was ist denn eigentlich aus Matty geworden? Und dem Morning Bell? Ich meine, die hat dann Derringer abgelenkt, aber haben die das nicht spitz bekommen, dass sie uns geholfen hat? Ich meine, sie war ja einigermaßen betrunken. Vielleicht überlegt sie sich das nochmal, wenn sie wieder nüchtern ist. Komme ich eigentlich da unten hin? Und dann käme ich hier runter? Ich gucke nur mal, ob hier noch irgendwas ist. Also da ist irgendwie ein Durchgang. Ein Buch oder so sehe ich aber nicht. Ich weiß ja nicht, wo es da hingeht. Und wo ist überhaupt mein Ziel? Gucken wir doch erstmal danach. Ja, ich... Achso, doch. Ich soll da lang gehen? Okay, aber da komme ich wahrscheinlich gar nicht rein. Da lässt sie mich... Oder da geht sie dann gar nicht rein? Jaja, da geht sie gar nicht hin. Da wäre der Durchgang, aber... Das macht sie jetzt einfach nicht. Na gut, dann... ...eben... ...hier weiter. Zu Terminus. Da kann ich auch noch nicht hinschauen. Oh je, oh je. Das Ding ist ja, wir hätten uns ja auch für Mereis Weg entscheiden können. Dann hätte es vielleicht hier nicht die Toten gegeben. Aber dann wäre es vielleicht auch schwerer geworden. Dann wären die jetzt hier auch noch alle rumgelaufen und wir hätten an denen vorbeikommen müssen. Das ist gemein. Dann wäre es vielleicht echt schwerer geworden. Ich weiß es nicht. So, wir sind auf jeden Fall hier wieder bei Terminus. Boah, das sieht schon krass aus. Das braucht natürlich entsprechend Kühlwasser hier unten. Ja, die anderen sind hier ja durchgestürmt und haben die alle... ...alle gekillt. Oh nein. Ich habe ja von denen gehört. Oder in den letzten Folgen. Ja, vielleicht war das doch nicht so schlecht, dass ich da reingegangen bin. Story-technisch. Aber das ist jetzt natürlich bitter. Rathor. Sind das jetzt alles... Das sind alles Loyalisten. Vielleicht haben die deshalb Terminus bewacht, weil das so der wichtigste Ort ist. Das sind alles Loyalisten. Oh Mann. Ist das bitter. Und Wyatt, dessen Zwillingsbruder... ...ertrunken ist... ...vergehen. Vorsätzlicher Mord. Okay. Oder hat er seinen Zwillingsbruder... ...getötet? ...Krosta war auch einer, der dann... ...plötzlich Loyalist wurde. Sari kann ich mich jetzt nicht erinnern. Hui. Was ist das denn für ein... ...Pirat? Pferdediebstahl. Na klar. So, ich komme da drüben aber gar nicht weiter. Ja, ja. Hier ist zu. Hier ist alles blockiert. Ich will nochmal... ...da hinten gucken. Ja, da ist... Was ist da eigentlich? Da ist Control. Das da... ...kann ich gar nicht lesen. Sanctuary. Kann ich echt nicht lesen. Aber irgendwo ging es ja hier zum... ...zum Morning Bell. Und ich weiß nicht, ob wir da... ...theoretisch auch hinkommen könnten. Muss auf jeden Fall da aufmachen. So, sonst ist hier aber nichts. Oder war das eins tiefer? Ach, da ist ja noch Pacific. Ist das da Media? Ja, da unten geht es dann... ...zum Morning Bell. Könnte sie sie trotzdem untersuchen? Ich weiß ja nicht, was das denn mit ihr macht. Ob sie dann wieder ganz komische Entscheidungen danach trifft. Nee, ich kann den nicht durchsuchen. Ach ja, und ich habe... ...ähm... ...bem letzten Mal das irgendwie nicht... ...ähm... ...mitbekommen, dass wenn ich geschnappt werde... ...dann durchsuchen die mich. Und dann ist hier alles weg. Was man gesammelt hatte. Das ist natürlich irgendwo realistisch. Ist aber auch ziemlich brutal. Ich glaube, ich hatte auch noch einen Schraubenzieher. Der ist auch weg. Aber die Waffe, die finden sie irgendwie nicht. Die ist zu klein oder so. Ich weiß es nicht. Na gut. Oh, gespenstische Atmosphäre. Wo gehen wir denn da eigentlich hin? Ich glaube, da waren wir auch schon. Wir fahren nach oben. Nee, da waren wir noch nicht. Okay. Was ist dein Schritt? Und das ist nicht eine Sprache, Kind. Es ist eine lange Weg nach unten. Hm. Oh ja. Was sollen wir hier oben tun? Dieses Panel kontrolliert das Kühlungssystem für Terminus. Okay, ich glaube, wir haben hier irgendwie ein Rätsel. Und dann müssen wir, ja, wenn wir die Kühlung abschalten, dann über Hitz-Terminus. Dann gibt es einfach eine... Dann, dann, ja... Das ist ein Hitzetod für den Prozessor. Aber wo war Mireille jetzt in der Zwischenzeit? Wo war die? Irgendwas hat die noch geplant oder gemacht? Sega weiß es offenbar auch nicht. Oh Mann. Na gut. Haben wir hier irgendeinen Hinweis? Uah. Okay. Das sieht komisch aus. Na ja, dann geh halt mal da hin und drück aufs Knöpfchen. Keine Ahnung. Was wir hier jetzt genau machen müssen. Jo. Gehen wir doch einfach mal, äh... Darüber. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Was haben wir denn hier? London. Was? Anchorage. Tokio. Dubai. Los Angeles. Okay. DEFCON. Nicht, dass wir jetzt hier irgendwie den dritten Weltkrieg einfädeln können. Oder so. Terminieren. Wir sollen Terminus terminieren. Oh je. Ich denke mir halt, dass das jetzt noch irgendwie ein total krasser Twist kommt. Muss eigentlich kommen. Das ist... Da warte ich ja nur drauf. Und Hope hat die fünfte Waffe. Was ist denn, wenn Hope selbst zu schießen anfängt? Oh je. Ich ahne, Schlimmes. Oh je. Ich ahne, Schlimmes. Warteu-Geschwindigkeit. Na, ich würde mal sagen, das setzen wir etwas runter. Das setzen wir runter. Die Spannung, die erhöhen wir etwas. Was? Okay. Öh. Ist das jetzt wirklich so einfach? Oder was soll mir dieses Minigame sagen? Ja, aber jetzt geht es dann nicht noch höher. Oder wie? Das ist der Trick. Öffne die Schatel-Dürfen und wir holen sie ab. Du bist gut. Können Sie mir zwei Hand mit dem? Wir haben nicht viel Zeit. Was passiert da? Sind wir jetzt in Terminus drin? Wir haben hier heute Abend. Wir können jetzt hier noch Gespräche anhören, okay. Ich habe ja auch noch so eine Theorie bezüglich dieser einen E-Mail, die wir gefunden hatten. Ähm, da ging es ja darum. Weil es war ja immer die Frage, wer sind eigentlich wir? Sind wir ein Mensch? Wer sind wir? Irgendjemand zu Hause? Oder sind wir diese Artificial Intelligence, von der die Rede war? Sind wir Terminus? Ann aus Norwegen, ist das die Originale 390? Okay. Hallo. Ich bin ein bisschen fasziniert. Das nimmt jetzt wirklich eine krasse Wendung. Oder hat Terminus irgendwie ein Bewusstsein entwickelt? Aber wer sind wir? Das verstehe ich immer noch nicht so ganz. Vielleicht schalten wir uns jetzt selbst ab oder so. Ich habe auf jeden Fall keine Ahnung, was ich hier jetzt machen kann. Ich kann hier nicht... Ah, Moment. Ich muss Space gedrückt halten. Dann zieht es mich hier so rein. Ah, ich kann lenken. Okay. Aber... Muss ich da rein? Oder muss ich da irgendwo anders hin? Ich kann mir hier so ein bisschen Schub geben und dann fliege ich hier durch diesen... Ja, durch was eigentlich? Kann ich da rausfliegen? Oder ist dann deine Wand? Ich glaube, da ist dann... ...eine Begrenzung. Ich muss ich zu diesen gelben Dingern hier... Die leuchten doch so auffällig. Ich komme aber irgendwie nicht so wirklich hin. Ah, doch. Wenn du dein Episode hattest, hat dein Körper angefangen und du fällst auf dem Boden. Deine Augen rullten zurück in den Backen des Hauses. Und es gab Blut. Alles in deinem Körper. Xavier's Blut. Kann ich damit was machen? Ich kann das... ...da reinladen. Das soll ich wohl auch tun. Moment, 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 Moment. Kann ich den jetzt füttern mit Informationen? Um den vielleicht... ...um dem zu sagen, hey, mach doch mal was anderes. Und kann ich da hinten auch hin? Oder ist das zu weit weg? Nee, da komme ich nicht hin. Oder? Ich habe mich doch jetzt nicht... ...weg bewegt. Doch, ich habe mich so ein bisschen wegbewegt. Könnte ich diese Dinge hier auch noch erreichen? Das wäre aber ein bisschen krass. Das heißt, ich muss jetzt entscheiden, was ich dem System an Informationen gebe oder was nicht. Ich weiß ja nicht, was das hier ist. Ist das quasi das Herz von Terminus oder ist das schon was Eigenständiges? Und sollte ich dem jetzt eher positive oder negative Dinge zukommen lassen? Also das gerade eben war ja irgendwie negativ. Oder müsste ich mir die erst alle anhören und dann entscheiden, was ich damit mache? 390 G? Das ist ja dann... ...eins vor... ...eins vor H. Und die hatte ein Kind. Also ich könnte jetzt hier das einfach schließen. Oder ich lade es quasi da rein, in diese Kugel. Ich lade die mal so viel wie möglich rein. Ich weiß nicht warum. Das ist jetzt wieder mal so eine Bauchentscheidung. Es wird einem ja nichts erklärt. Aber naja, ich habe ja gesagt, ich erwarte einen Twist. Und das ist, denke ich mal, ein Twist. So. Ganz entspannt hier rüberfliegen. Weiß ja nicht, wie schnell hier die Zeit vergeht. Ich meine, die haben schon... Ja, dass die die geklont haben, das ist mir jetzt schon klar, aber... Die haben ja irgendwie dann andere Sachen mit denen gemacht. Und die sollten vielleicht erst irgendwo rumlaufen. Aber letztendlich hat sich dann Treglas auf erst dazu entschieden, die in so einer... Ja, in so einer... So einem Überwachungs-Mini-Start reinzupacken. Aber warum? Warum hat er das gemacht? Das ist ja auch noch immer so die Frage, was er mit denen vorhat, dass die die Daten in ihren Genen gespeichert haben. Das ist ja ganz nett. Aber was macht man dann damit? Das heißt, erst hat Treglas auf die Klone irgendwo hingepackt. In die... Aber in die ganz normale Zivilisation. Die ganz normale Gesellschaft. Aber das hat vielleicht... Vielleicht war das nicht so gut. Da ist irgendwas schief gegangen. Und dann hat er gesagt, jetzt reicht es mir. Jetzt packe ich die alle mal unter die Erde. Hier in diese... In diese Welt. Das wäre jetzt so meine Theorie. Aber was hat er mit ihnen vor? Sollen sie dann irgendwie... Für ihn die Herrschaft erlangen? Weil sie sagen, hey... Wir haben alle Daten in uns. Oder sagen, naja dann... Die Daten zu löschen. Müsste man die halt umbringen. Das ist nur ein Open-Ocean-International-Water. Keine Lamp-Passe. Vielleicht ein paar Unterwaters-Volkanöse. Aber das ist es. Und mit so smart legal-ränglichen... ...me Anwaltungen sind es sicher, dass ich einen von diesen Unterwaters-Volkanöse kaufen kann. Ein natürliches. Okay, das... Das bezieht sich auf unseren Aufenthaltsort. Das ist also eine Vulkaninsel. Kann ich das nochmal abspielen? Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn ich die da alle reinpacke. Okay, jetzt... Ah. Jetzt habe ich einen Aufenthaltsort. Hier? Palladium at night. Was ist das? Aber ich kann die Satelliten ausschalten. Ah, was? Hm. Ob das so eine gute Idee ist? Aber ich habe jetzt das Auge aufgemacht. Ich kann es... Hä? Ich kann es öffnen oder schließen? Boah, ist das krass, weil... Ach, das hier ist Terminus dann wahrscheinlich. Oder Metamorphosis. Hm. Also man hat hier schon wieder so eine Handlungsfreiheit, aber es wird einem nichts erklärt. Das ist jetzt krass. Ja, ich kann das nur aus dem Bauch ausmachen. Mir fehlen dazu einfach Informationen. Wenn ich das schließe, dann heißt das, diese Satelliten... ...und sich nichts mehr an. Und sammeln keine Daten mehr. Oh, schöne Musik, aber die hilft mir auch nicht weiter. Oh, ja. Bis zum nächsten Mal.